Ja, hier ist ein Beweis. Hi, Marc Bellinghaus, euer Influencer und Investigativjournalist. Wir sind ein Spiegel der Gesellschaft. Am 11.07.2023, also vor über einem Jahr, hat dieses PAD und PADda schon ein paar, die wirklich hier ganz Münster verarschen, haben hier in der Münsterische Zeitung ein Interview. Guckt euch das an. So, und wenn ihr meine E-Mail lest, diese Sache hier, wir sind ein Spiegel der Gesellschaft, habe ich Herrn Khaleesi in meiner ersten E-Mail an ihn sogar noch nach Bamberg geschickt. So viel Fantasie und so viel Einfallsreichtum haben diese beiden Clowns. Es ist wirklich Zeit, dass Münster endlich erlöst wird von dieser Frau, die wirklich denkt, sie kann machen, was sie will. Und dieser Typ, der noch dazu hier meine Idee geklaut hat. Herr Khaleesi, was Sie mir herangesagt haben, das wissen Sie. Und das ist eine Beleidigung. Und dagegen werde ich vorgehen. Ich werde nicht einknicken. Und Sie haben links und rechts abgefuckt, weil das geht nicht. Sie haben zum Beispiel im April, haben Sie Frau Brees vorgestellt, aber nicht das Projekt Kinderhaus, ist nichts in der Zeitung gewesen, gar nichts von. Und dann kamen Sie damit raus. Und Sie behaupten, Sie haben davon mit der Frau Brees gewusst, das ist perfektioniert und deswegen fällt es auch auf. Ich fordere Sie auf, schmeißen Sie die Flinte ins Korn und hauen Sie ab. Treten Sie endlich zurück von Ihrem Amt mit Ihrer Chefin. Weil was hier abgeht, das hat die Handschrift von einem MeToo-Straftäter. Und es sollte wirklich auch in Ihrem Interesse sein, Das ist MeToo, das ist dieser üble Beigeschmack von einem Theater, was einem MeToo-Täter unterstützt. Das geht nicht. Und das wissen Sie. Also hier, dieses Spiegel der Gesellschaft stammt auch von mir. Das habe ich Ihnen geschrieben. Sie haben keine, Sie haben überhaupt keine Fantasie. Sie können nur klauen von anderen Leuten. Und das habe ich somit heute auch bewiesen vor Gericht. Sie saßen da, Sie sind noch nicht mal drangekommen als Zeuge. Das wissen Sie auch. Weil ich hätte Ihnen Fragen gestellt, die wären sehr peinlich gewesen. Und Sie sollten mal nachgucken, was man dafür bekommt, wenn man unter Eid und eine eidesstaatliche Versicherung ausfüllt und lügt.